Wusstet ihr, dass 80 Prozent der Menschen, die unter Schlafapnoe leiden, undiagnostiziert sind und weltweit rund eine Milliarde Menschen zwischen 30 und 69 Jahren unter Schlafapnoe leiden? Wie gesund euer Schlafverhalten ist, könnt ihr mit der neuesten Innovation von Withings herausfinden. Der Withings Sleep Analyzer ist der weltweit einzige Sensor, der Schlafapnoe erkennt, ohne dass ihr etwas am Körper tragen müsst. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Schlafapnoe erhöht das Risiko für Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Der Sleep Analyzer liefert euch deswegen Daten zu eurem Herzrhythmus, euren Schlafphasen und kann Schnarchen und Schlafapnoe erkennen. Den Sleep Analyzer merkt ihr beim Schlafen überhaupt nicht. Ihr legt ihn einfach unter die Matratze. Der Analyzer wird einmal an das heimische WLAN angeschlossen und überträgt von da an alle Daten mühelos in die dazugehörige App. Dann probieren wir das doch einfach mal aus. Am Morgen könnt ihr in der kostenfreien HealthMate-App überprüfen, wie erholsam euer Schlaf war. Eure Sleep Analyzer-Daten könnt ihr außerdem ganz einfach in PDF-Form umwandeln und so direkt an euren Arzt weiterleiten. Zum Beispiel um eine Diagnose zu erleichtern. Mein Fazit, mit dem Withing Sleep Analyzer könnt ihr ohne Aufwand euren Schlaf optimieren und eure Gesundheit im Blick behalten. Einfaches Setup, nicht sichtbar in der Anwendung und Messwerte auf Schlaflaborniveau. Und wer besser schläft, ist auch am Tag leistungsfähiger. Der Sleep Analyzer funktioniert auch mit Smart Home-Systemen. Bei mir schmeißt er zum Beispiel beim Aufwachen schon mal die Kaffeemaschine an. Der neue Withing Sleep Analyzer ist ab dem 28.04. erhältlich. Wenn ihr also eure Leicht- und Tiefschlafphasen tracken wollt, dann schaut einfach mal auf www.grabes.de vorbei. Wir freuen uns auf euch. Noch besser schlaft ihr übrigens, wenn ihr keine Folge Gravities mehr verpasst. Also einfach hier klicken und abonnieren.